Einen wunderschönen guten Morgen, 2. Dezember. Ich finde es sehr sehr schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Das zweite Produkt in dieser kleinen Zubehör-Videoreihe, die wir seit Jahren machen im Dezember im iPhone-Blog, die ist ein Produkt der Firma SmallRig. Und es ist gar nicht so small, es ist ein iPhone-Käfig, ein sehr sehr massiver iPhone-Käfig, in dem man so gut wie jedes Telefon unterbringen kann. Ich habe hier mal so ein iPhone 11 Pro Max und das schnappt hier in so eine kleine Federhalterung rein, die ist sehr sehr robust, sehr sehr stabil. Da sind nicht wirklich so Federn, da sind wahrscheinlich Federn drin, aber das sind nicht so typische so Federn, die irgendwie so rausspringen, wenn man es schief anguckt. Das ist auch preislich sehr massiv, also man muss hier 50 Euro für ausgeben. Dann bekommt man allerdings nicht nur eine super stabile Halterung, die man so mit zwei Händen führen kann, um so ein bisschen wackelfreie Aufnahmen hinzubekommen, sondern bekommt auch zwei Kaltschuhe, so wo man so irgendwie Mikrofone und Lichter ran montieren kann. Man bekommt ganz ganz viele Schraubgewinne, um Stative dort anzubringen. Das ist sehr sehr universell dann. Hier an der Seite gibt es eine Aussparung, um die entsprechenden Kabel unterzubringen. Ich finde, das ist preislich auf der höheren Seite, aber man bekommt einiges dafür. Das ist so eine Aluminium-Legierung, liegt ungefähr so viel wie ein iPhone 11 Pro Max. Also man schleppt schon was mit sich herum, aber es ist halt nicht so flimsig und bietet halt sehr sehr viele Möglichkeiten, das iPhone als Foto- oder Videokamera aufzurüsten mit Zubehör drumherum. Also ein Zubehör für, extra Zubehör fürs iPhone. Das ist das Small Rig, ich glaube der heißt Phone Cage, Universal Phone Cage, sowas in der Art. Ich habe ihn verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.